Hare Krishna, liebe Devotees, wunderbare Nachrichten seit vielen Jahren, fast 30 Jahren oder schon 30 Jahren, über 30 Jahren sogar, gibt es wieder das ganze Srimad Bhagavatam-Set, beziehungsweise das, was Srila Prabhupada übersetzt hat, vom ersten bis zum zehnten Kanto. Und das ist wieder erhältlich über die Sankhita-Mission, sozusagen. So, wer Interesse hat, kann sich bei mir melden und so ein herrliches Set bekommen. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Volleyball! 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 Volleyball!